Geh da nicht hin! Ah! Und ich werde direkt in die Action geworfen. Also, für die Leute, die nicht ganz aufgepasst haben, was beim letzten Mal passiert ist. Wir haben das Medaillon aus dem Teich gefischt und müssen es jetzt zerstören. Das Medaillon besteht komischerweise aus vielen Schlangen. Ich weiß nicht, wie ich sie zerstören kann. Wow! Wow! Die haben mich einmal mit ihrer Kotze berührt und schon bin ich grau, ey. Ähm. Ich glaube, das ist richtig, dass ich sie einfach von hier abschieße, oder? Und einfach aufpasse, dass ich nicht selber getroffen werde. Ich renne einfach hin und her und dann hoffe ich mal, dass es gut ist. Ja. Also, ähm. Obwohl ich schwer krank bin, spiele ich dieses Spiel weiter. Also, falls ich zwischendurch eklige Geräusche mache, wie... ...und dann sterbe dadurch... Ja, dann liegt das daran, dass ich krank bin, ne? Was hast du nie getan im Vergleich zu dir außer... ...das Run! So. Jetzt wollen wir mal sehen, ob ich was gebacken kriege. Und Kotze ausweichen. Sticht zu! Sticht zu! Sticht zu! Sticht zu! Sticht zu! Man kriegt doch überhaupt keinen Einheitspunkt. Sticht zu! Ich schätze jetzt einfach mal, dass ich die... Ja, dass ich hier nicht in die Kotze reintrete. Und einfach Schlange, ich es abknallen muss. Brutal abknallen. Einfach alles abknallen. Wie es mir dieses Spiel beigebracht hat. Brutal und so. Scheiß, schon wieder gestorben. Kinderspiel hier. Wie geht es hier nur den Baum? Ihr Kind kommt die Kotze nicht hin, ne? So weit kannst du nicht kotzen, du dumme Kotz-Schlange. Geil. So mache ich das jetzt. Ich schieße jetzt einfach von hier. Ich nehme mal einen anderen Zauber. Expelliarmus. Brigadium Levursa. Ob das was bringt, dass ich hier zum Schweben bringe oder so? Geht das? Ne. Ähm, Konfringo. Du bist nichts. Haha, du kannst gar nicht so weit schießen. Aber ich kann so weit schießen, glaube ich. Oder? Ja, mein Maschinengewehr. Deine Mutter hat zugegeben, dass sie für mich zum Sohn entdeckt. Puh. Was muss ich denn machen? Vielleicht muss ich Ron abschießen. Schade, das bringt nichts. Ey, ich bin auf deiner Seite, Voldemort. Ich ergebe mich. Ich erschieße meine Freunde. Ich will, dass das Spiel jetzt schon endet. Du hast gewonnen. Was wusste ich? Ich, diese... Da passiert ja auch nichts. Ich gehe da jetzt hin. Ey. Au, au, au. Ah, ich bin über Ron gestolpert. Au, ah, schon wieder. Shit. Bekämpfe? Voll, du erzählst dir damit vor. Ja, was mache ich denn die ganze Zeit? Hä? Wie bekämpfe ich dich denn? War das jetzt richtig... Ich schätze mal, dass ich da hinschießen soll, wo es leuchtet. Oder? Ich muss einfach so lange warten, bis Voldemort seine Speech da zu Ende gespittet hat, ja? Seine Lines. Und seine Rhymes. Und dann ist es durch. Oder es wiederholt sich einfach immer wieder. Und ich sterbe immer wieder. Die irritiert voll, die Stimme, ey. Ich spiele hier mit Kopfhörer und... Ich höre das so... ...in meinem rechten Ohr. Als wenn Voldemort selbst mich anflüstern würde. Was ein bisschen geil ist. Dass ihr lieber mich zum Sohn gehabt hätte. Ah, Busch im Weg, ey. Der zielt auch nicht richtig. Ich zähle jetzt mal die Schlangen, die da sind. Irgendwann sehe ich ja vielleicht, ob die sterben oder so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ich habe mein Leben gegeben, um bis neun zu zählen. So. Sorry, ich würde das gerne irgendwie spannender gestalten, aber er zielt auch nicht und so. Sterben die jetzt auch? Ich nehme mal einen anderen Expelliarmus. Nee, das würde es wohl nicht sein. Ja, jetzt muss ich mal sagen, Confringo hatten wir vorhin. Expulso Verwechslungszauber. Empedimenta! Boah, ich will mal wieder Stupor benutzen. Stupor, 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 Stupor. So habe ich die große Schlange auch kaputt gekriegt. Äh! Oh, ich kleine Scheiß, die ist mir hier auch kaputt. Das bringt so gar nichts. Ich greife jetzt mal nur die da an. Die muss ja wohl irgendwann mal sterben. Das sind schon weniger geworden. Super! Stich zu! Stich zu! Ich habe eine Schlange kaputt gemacht. Heilige Scheiße! Geil! Geile Scheiße! Geil! Noch eine! Fuck! Ich... Boah, ich battle alle weg, man! Woohoo! Woohoo! Das Stupor doch zu was nütze! Zum Schlangen kaputt machen! Für den Final-Boss-Gegner hier, ey! Geh ich mit dem... Stupid Stupor dabei! Komm, die letzten auch noch! Ist nicht stark! Mehr in Ruhe! Shit! Shit! Ich werde grau! Shit! Woohoo! Wer will dich jemals ansehen? Neben Harry Potter! Ah! Ah! Spinnen! Das ich das noch erleben darf! Ich habe tatsächlich Angst vor den Spinnen in diesem Spiel! Seit wann kann der... Schießt denn die Schlange denn so Laser strahlen? Au! Kommt schon! Au, au, au! Ah! Diese drei Grashalme versperren mir den Weg! Shit! Spinnen! Peff! Kapaz! Ja! Ich will jetzt noch nicht sterben! Ich habe die Schlangen sowas von im Griff! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Stirb schon! Ah! Stupor! Ne! 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 Mal eklige Geräusche machen! Deine Mutter hat uns ungegeben! Äh! Deine Mutter! Ne! Au! Gleich dafür bestraft führend deine Mutter! Witz! Du schaffst es nicht! Ach! Das schaffe ich! Ah! Ai, 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 ai! Geil wäre, wenn hier noch... Das Spiel zu Ende wäre tatsächlich! Bist du im Vergleich zu dem, der lebt hat! Piu, piu, piu! Oh, Huhn schießen? Beziehungsweise Spinneys schießen? Oh, komm, steh auf! Super! Ich will doch nicht von Spinneys aufhalten! He, 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 he! Wo ist denn da? Die letzte kleine Scheisschlange! He, 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 he! Sieg, großer Sieg, gegen kleine Pupsi-Schlangen, yeah, yeah, ich hab vergessen, wie der Film aufhört, kommt noch was geileres? Tut mir leid, dass ich abgehauen bin, du hast es heute Nacht wieder gut gemacht, das Schwert geholt, den Horcrux erledigt und überlegt... Ich bin einfach außer, ob ich weiß. Großer Sieg, siehste, hab ich alles kaputt gemacht. Eine Zwischensequenz... Ja, auch übrigens, ne, in dieser Geschichte ist Hermine auch ein bisschen in dich verliebt, das haben wir noch gar nicht im Spiel untergebracht, das hab ich jetzt mal eben erzählt, wieder im Rest der Zwischensequenz, ne. Ach, jetzt schon vorbei und ist schon wieder kein Ton, sind wir ja gewöhnt, ne. Es tut mir leid, dass ich abgehauen bin. Das war schlecht für mich. Das Ding hat mich stärker beeinf...